Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Ich habe heute zwei Gäste hier, sehr spannende Gäste. Und bevor ich die vorstelle, will ich einfach mal sagen, wie wäre es, wenn ihr beide euch einfach mal vorstellt? Ja, mein Name ist Christian Klemm, Geschäftsführer der Niedmann GmbH in Düsseldorf, Lehrlingswart in Düsseldorf, 52 Jahre alt. Das war ja auch schon wichtig. Super, danke. Ja, mein Name ist Sven Hoppert, Geschäftsführer und Betriebsleiter der Marder Gebäudetechnik GmbH und ich bin Gast in Düsseldorf und komme aus Berlin. Hört man ein ganz bisschen. Kannst du kurz noch sagen, Lehrlingswart, was Lehrlingswart so gemacht, vielleicht für die nicht ganz Handwerks? Ja, also der Lehrlingswart ist eine Erfindung von Erinnerung, in Anführungsstrichen. Das ist schon relativ alt. Er kümmert sich um die Probleme der Lehrlinge, die in der Ausbildung sind und Fragen rund um die Ausbildung haben oder Probleme im Lehrherrn. Dann kann man den Lehrlingswart anrufen und dann kann er versuchen, das Problem aus der Welt zu schaffen, wie man erklärt. Für wie viel Auszubildende bist du? Das sind ungefähr 300. Okay, ja, okay. So müssen wir es so tun wahrscheinlich. Zum Glück nicht so viel, weil es läuft. Sehr gut. Ja, ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, weil ich in Instagram einen ganz interessanten Hashtag gefunden habe im Bereich Ausbildung. Der heißt Hashtag Lust auf Handwerk und da seid ihr mir so ein bisschen unter die Nase gekommen. Vielleicht könnt ihr mal erklären, was ist eigentlich Lust auf Handwerk oder dieses Hashtag Lust auf Handwerk? Was ist das überhaupt und woher kommt das? Ja, der Hashtag war eine Erfindung am Küchentisch von wenigen oder einigen Leuten im Zusammenspiel, dass wir praktisch einen aussagekräftigen Hashtag brauchen für das Handwerk allgemein, um es nach außen oder im Social-Media-Bereich zeigen und durchbündeln zu können, also das Netzwerk zu verstehen. Ja, weil der Einzelne geht ja dort schon sehr schnell unter. Das stimmt, ja. Und warum ist es jetzt, warum ist das Thema Social-Media in diesem Bereich jetzt auch wichtig oder war das vorher schon wichtig und man gibt es einfach überlegt, man braucht ein Hashtag? Also... Na, für mich persönlich ist es schon auch relativ neu. Ja, auch Social-Media ist neu. Für mich ist es ein weiterer Part im Bereich der Ausbildung, also auch für unseren Handwerksberuf und auch für unsere Sparte ein Nachwuchs zu finden, aber auch der Gesellschaft, auch zum Beispiel dem Endkunden zu zeigen, wie kreativ kann ein Handwerk sein und darüber kann man eine gewisse Transparenz darstellen und kurze Snaps im Social-Media-Bereich platzieren und hat eine Sichtweite. Also für mich ist es eigentlich wie eine Information über das Unternehmen, also wie eine Mini-Website vielleicht ein bisschen mehr mit praktischem Inhalt gefüllt. Ja. Ihr habt ja auch immer ganz unterhaltsame so Storys bei Instagram sehe ich dann so, dass ihr auch irgendwie zeigt und manchmal, wenn es auch nicht so schön ist, das finde ich immer sehr unterhaltsam, dass ihr dann auch, dass man lernt total viel auch. Das ist sehr gut. Vielleicht könnt ihr einfach noch mal ein bisschen so erzählen, was ja, was, was eigentlich Lust auf Handwerk für so ein Ziel hat, was ihr, was ihr auch dann macht, also was tut diese Initiative oder diese Kampagne? Also wir wollen zum einen ein ehrliches Spiegelbild des Handwerks zeigen und das auch über verschiedene Gewerke, also da gehören alle Werke, die handwerklich aktiv sind, dazu, die dann halt ohne Hochglanzformat und Profifotograf dargestellt werden, um die Vielfältigkeit zu präsentieren oder zu zeigen und auch Einblicke von vielleicht gleichaltrigen oder ähnlichen Azubis. Genau, wir sind ja schon die alten Hasen, also sozusagen, Christian hat ja schon gesagt, dass er 42 erreicht hat, das ist bei mir genauso und wir wollen es halt gerne für die jüngeren Leute halt runterbrechen, weil man hat natürlich auch gemerkt, dass durch dieses Netzwerk auch unter diesem Hashtag Lust auf Handwerk mit der ehrlichen Transparenz sich immer wieder dann auch neue Leute trauen, sich was zu zeigen. Also wenn ich jetzt überlege, wie viele junge Leute nicht mal auf die Idee kommen würden, aus dem Handwerklichen etwas tägliches darzustellen, da hat es extrem bei geholfen, also diese Erweiterung dieser Vorzeigefunktion oder dieser ehrlichen Transparenz. Also das hilft auch vielen wirklich Mut zu finden und zu sagen, wir zeigen mal selber etwas neben dem Normalen, was man so im Social Media täglich wahrnimmt. Nicht nur das Essen oder Make-up-Tutorials oder schöne Urlaubs-Potos oder so vom Skifahren oder so, sondern... Ja, dass man auch mal zeigt, was Realität nahe ist und auch ehrlich und ich glaube, dass das bei vielen gut ankommt. Und unter diesem mir sammelten Hashtag braucht man natürlich mehr Reichweite, dass immer mehr sich da trauen. Ja, super. Macht ihr selbst diese Beiträge für Social Media oder macht es eigentlich nur eure Auszubildenden? Na, bei mir ist es schon eher so, dass ich es halt begonnen habe, also als neues Tool für das Unternehmen und auch für mich. Und da mache ich es selber bis dato, habe aber gesehen, dass es sehr, oder auch gemerkt, dass es sehr zeitaufwendig ist und ich möchte auch, dass es weitergegeben wird. Also betriebsintern, wir haben das schon besprochen, wir werden für den Nachwuchs, für die Auszubildenden einen eigenen Teil davon erstellen, dass sie regelmäßig von ihrer Sache und von ihrer Ausbildung auch zeigen sollen. Und dadurch, also ich habe sie jetzt aktuell begeistert gerade, dass sie das machen möchten. Das soll ja freiwillig werden und sie würden es dann auch tun, weil ich persönlich habe gemerkt, dass wenn sie zeigen, entwickelt sich so ein etwas verspäteter Stolz. Also sie sind dann selber irgendwann an dem Punkt und sagen, schau mal, die Firma, der Chef oder auch ich, ich zeige was von meinem alltäglichen Dasein, aber der kommt halt dann so als Punkt nach hinten raus. Ja, und auch das nach außen zu zeigen, dass man auch einen wertvollen Beitrag dazu liefert. Also das ist nicht einfach nur so, ich bin der Auszubildende oder die Auszubildende, sondern ich habe sogar hier so eine Aufgabe, das nochmal nach außen zu repräsentieren. Ganz gut zur Mitarbeiter-Wertschätzung, also die fühlen sich dann auch wieder mehr wahrgenommen. Also das wirkt auch, ja. Wie hast du die motiviert, wenn ich mal so fragen darf? Oder war das ganz einfach? Nee, das ist nicht immer einfach, aber ich habe natürlich gesagt, dass wir den Teil der Arbeitszeit in den normalen Ablauf, also wir wollen es in den normalen Arbeitsablauf integrieren und wir wollen, dass sich Handwerk auch im Wandel befindet, dass es nicht nur ist, von morgens bis abends einer Tätigkeit nachzugehen, sondern auch ist Dokumentation oder was zu zeigen. Und dieser Part von den kurzen Snaps oder von den Bild, ihr hört ja zum Ausbildungsrahmenplan. Das ist ein ganz klares Thema, auch Dokumentation davon zu machen. Und da passt es ganz gut rein und wenn die das so verstanden haben, dann werden die das auch machen, haben sie gesagt. Super. Und Schritt für Schritt testen wir uns daran. Na cool, ja. Wie ist das bei dir? Machst du selbst was? Also ich mache die alle selbst. Der Hintergrund ist einfach, ich habe gefragt, wer es denn machen möchte. Ich habe auch einem den Account gegeben, aber er hat sich nicht getraut, muss man halt sagen. Weil ich glaube, das ist natürlich auch, das verstehen die schon, dass das ein Stückchen Verantwortung hat. Und gut, nicht jeder möchte die halt dann direkt übernehmen. Aber da ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen. Man kann das ja nochmal probieren. Also ist es ja nicht. Was ich ganz interessant fand, ist, bei mir war mal ein Praktikant, der hat sich gepostet mit Firmenkleidung und hat also hier ganz stolz dann zwei, drei Bilder gezeigt, wie er im heißen Keller halt geht. Hat den Monteur auch gefragt, ob man hier fotografieren kann. Ach super. Das ist dann halt also auch schon, man sieht, es wird genutzt. Und ja, mal schauen, welche kriege ich denn auch dazu für das Firmenaccount zu leisten. Ja, cool. Ist der Praktikant auch Zubinder geworden? Der ist auch Zubinder geworden. Das ist ja auch schon so, dass man hier in der Woche funktioniert. Und ich versuche halt, weil ich das Instagram halt auch für Nachwuchsgewinnung benutze, dort dann Situationen zu zeigen, wie es denn bei uns abläuft. Und dass wir uns freitags mal hinstellen und dann ein Gerät auseinander nehmen mit drei Leuten und dann erkläre ich dann einzelne Bauteile. Oder lass dann halt, das haben wir auch schon probiert, dass dann so das dritte Lehrjahr den anderen erklären muss, was denn das für ein Bauteil ist. Sehr gut, ja. Und da werden dann Fotos von geschossen und dann frage ich dann auch, ob sie geteilt werden würden, wenn dann auch noch verdient werden. Ja, ist ja auch total wichtig. Die Darstellungsprozesse sind extrem wichtig geworden, also auch für den Handwerker. Und was heißt Darstellungsprozesse? Na, auch um diese erfüllte Außenwirkung, die man ja sonst nie hat. Niemand konnte bei uns bis dato, wenn man es nicht jetzt schon jahrelang, praktiziert in die Werkstatt schauen oder in den Arbeitsalltag. Das war ja für den normalen Neugierigen gar nicht möglich. Und jetzt hat man die Möglichkeit zu zeigen, dass man genau die Beispiele, die du genannt hast, halt auch mit dem Azubi mal in einer Werkstatt zusätzlich lernt oder sich Zeit dafür nimmt. Oder wir haben zum Beispiel klar definierte Azubi-Tage, wo wir sagen, wir nehmen uns nur Zeit mit den jungen Leuten und zeigen das dann und dann sehen halt einige interessierte Zuschauer, die da dann vielleicht auch mal weitertragen, dass es vielleicht doch bei uns ganz cool wäre, Mitarbeiter zu sein. Was ich ganz interessant finde eigentlich, muss ich sagen, wenn ich euch so verfolge, ist, dass ihr als Persönlichkeiten einfach lustig rüberkommt und auch unterhaltsam. Also ich glaube, klar macht ihr das natürlich auch, weil ihr euch da auch traut. Vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter von euch traut sich das halt nicht so. Aber ihr macht es halt, also ihr macht es nicht so langweilig, sondern ihr erklärt, was ihr da seht. Wie gesagt, irgendwas, wo ich selbst auch noch nie einen Eindruck hatte oder einen Blick hatte, was manchmal auch nicht so schön aussieht oder eher fies aussieht. Und dann wird das halt, wird die Problematik erklärt und so. Und das ist sehr, das ist irgendwie sehr, sehr anschaulich. Ich glaube, das ist auch das, was das besonders macht. Das ist nicht so, da hat man jemanden hingestellt, der das jetzt einfach mal so wie so ein, ja, genervter, schon schnöder Lehrer nach vorne hin schaut, sagt, ja, das ist eine Sache. Das er es machen muss, genau. Sondern man merkt einfach, ihr habt da, ihr habt total Spaß daran an diesem, an diesem Beruf und könnt das deswegen super transportieren. Also das finde ich ist was. Genau, ich wollte es gerade sagen, das funktioniert nur, also das hat ja bei mir persönlich, hat zum Beispiel das extrem lange gedauert, überhaupt sich zu trauen, zu machen und dann natürlich mit Feedback von außen zu sagen, es ist erträglich. Das müsst ihr ja auch noch sehen, dass man ja ein Stück weit Motivator ist oder dass man auch kameraaffin ist und selbst auch in der Familie dann gesagt wird, sie sehen den Vater aufgrund des Berufes halt eher selten. Sie gucken es sich manchmal sogar dann im Social Media abends an. Was hat er heute gemacht, ne? Das ist halt auch ein Part, der dann wieder als zusätzlichen Teil dazukommt, aber man kann das glaube ich nur so nach außen tragen, wenn man den Beruf auch leidenschaftlich betreibt, egal welcher im Handwerk. Also die Leidenschaft bringt halt diese, was man wirklich auch als Außenzuschauer war. Und das würde ich einfach nochmal herausstellen, weil viele fragen sich ja, soll ich was auf Instagram überhaupt machen und Hashtag weiß der ein oder andere vielleicht auch noch gar nicht so richtig, was das sein soll, warum man da auch so einen gemeinsamen Hashtag vielleicht braucht. Das versteht man ja erst, wenn man da auch unterwegs ist, weil das ja im Prinzip im weitesten Sinn einfach ein Suchbegriff ist. Genau, eine Bündelung. Also wie so im weitesten so vielleicht auch so ein Stempel, könnte man auch sagen. Und ich finde das immer schön bei Social Media, dass es natürlich genau das ist, dass ich halt eigentlich interagiere. Vielleicht schreiben euch jetzt nicht so viele Leute, aber es ist irgendwie so was unter, also es ist was Gegenseitiges. Wenn ich jetzt einfach nur ein Video mache, dann versuche ich, also das auf die Webseite hochleide, da habe ich häufig den Eindruck, es ist natürlich dann wieder so ein Image-Film und es ist sehr, ich versuche etwas darzustellen, es besonders schön zu machen oder ein Flyer, da stehen dann alle in so geschönten Bildern, wie du eben sagtest, so rum. Und bei Social Media erlebe ich euch sehr, sehr, man sagt es ja authentisch, aber es ist einfach so, es liegt da kein Filter drüber, ihr seid ein bisschen dreckig, das wurde nicht vorher geputzt, das Werkzeug, sondern ihr seid mittendrin und das macht es, glaube ich, sehr, sehr besonders und auch nachvollziehbar. Also dann reiht es einfach aus, dass ich zum Beispiel euch auch überhaupt folge oder gedacht habe, boah, es wäre irgendwie interessant, was die da machen. Genau, das ist auch eines der Ziele gewesen, von dem Hashtag und auch überhaupt Social Media zu machen als Handwerker, weil durch diese Netzwerkgeschichte bin ich auch erst dazu gekommen. Ja, super, es wird gut transportiert dadurch einfach. Wie ist das jetzt, wie läuft das gerade, ihr postet quasi Beiträge und hat es mit dem Hashtag, macht dieser Hashtag Lust auf Handwerk noch andere Themen oder habt ihr noch, was habt ihr noch so vor? Also was tut sich da gerade einfach unter diesem Hashtag? Also ich glaube, wir hatten letztens eine schöne Aktion mit dem Black Friday, das war alle, die bei Lust auf Handwerk mitgemacht haben, ein T-Shirt haben, haben ein Foto eingesendet, das wurde dann bearbeitet aus Berlin, in Berlin und wurde dann halt gepostet, nur mit dem gelben Hintergrund Lust auf Handwerk und ich fand, das waren richtig geniale Fotos, die einfach durch die Kombination mit Black Friday und dem Hashtag Lust auf Handwerk ziemlich breit, glaube durchgegangen sind und mal gesehen, dass da richtig die Leute Lust hatten, dann einfach mal ein Foto im Heizraum zu machen oder auf dem Dach oder im Dachstuhl oder unter der Treppe liegen beim Teppich legen oder solche Geschichten sind dann einfach sehr schön dargestellt worden. Das heißt, es nutzten auch Leute diesen Hashtag, die eigentlich euch vielleicht gar nicht kennen und die gar nichts mehr zu tun haben. Genau, das ist das Lust hier daran und das ist auch der Wachstum der Kommune, dass man den Punkt erreicht, die nutzen es, auch aufgrund der einfachen Darstellung. Es war ja zum Beispiel eine Idee, es war nur ein Malerkrepp, ein ganz normales Kreppband beklebt und beschriftet mit einem schwarzen Edding, was eigentlich jeder, fast jeder im Handwerk irgendwo auf der Baustelle verfügbar hat oder im Betrieb und einfach dieses Signal, was schon dann vielleicht irgendwann in den Köpfen gespeichert ist und wiedererkennungswert hat und zu sagen, hier, ich kann jetzt stolzwerd von meiner Leistung präsentieren. Genau und das ganz Interessante daran ist halt, irgendwann dahinter den Typ Mensch zu treffen. Also es gibt immer wieder Netzwerktreffen, die wir online probieren zu organisieren oder auch zu, oder offline, aber online uns zu verabreden oder zu sagen, wo fährt wer wieder hin oder wo treffen wir uns oder welche Feierlichkeiten sind demnächst aktuell oder so, auch kleine Treffen sind wichtig und dann triffst du halt den wertvollen Menschen ein. Ja, den du hast, den ich kanntest. Den kanntest du nicht oder vielleicht nur mal vom Sehen, vom Social Media Bereich am Follower-Bild oder so, aber der Treffpunkt von den Menschen dahinter, der ist dann extrem wertvoll und da kommt es dann zum richtigen Netzwerken und Austausch. Also die Kommune ist groß für mich und eine unwahrscheinliche Horizont-Erweiterung auch, wie viel Netzwerk entstehen kann. Alleine mal eine Fachfrage kann sich über dieses Netzwerk unwahrscheinlich schnell verbreiten und auch beantwortet werden. Das ist super. Und das Malerkrepp halt in orange-gelb, das steht ja auch genau für die Sache, dass wir das einfach halten. Wir haben da keine Umfrage gemacht, was am besten wirkt, sondern es war ein oranges Kreppband. Market Research. Ja, ja, da haben wir so da bestimmt minutenlein drüber überlegt und dann haben wir einen schwarzen Erdenken und einfach machen und fertig. Das zeigen ja der eure Branche so ein bisschen aus und das ist auch schön. Ich finde, das ist auch super. Super, die Zuhörer sehen ja nicht, dass wir beide gerade hier in Pullis sitzen mit breiter Hashtag-Luster-Fanweg drauf. Das ist, also ich finde, das hat einen super Wiedererkennungswert. Und ihr habt ja auch bei Instagram ja so ein GIF, was sich so ausrollt. Das ist auch total cool. Hat auch ein Mitglied einfach umgesetzt. Er hat es einfach hergestellt. Hergestellt, zur Verfügung gestellt. Zack, kann man dann auch mitmachen. Das ist halt das schöne Netzwerk. Jeder kann irgendwie was Besonderes und trägt da dann gemeinschaftlich was zu bei, um mit Frauen zu treiben in kleinen Schritten. Also was ich so mitbekommen ist vor allem, dass der Haupterfolg für euch, vielleicht habt ihr den gar nicht so geplant, aber dass dieses Netzwerk einfach jetzt eine große Rolle spielt, dass man aus Berlin jetzt Leute in Düsseldorf trifft. Genau, wir hätten uns sonst nie kennengelernt. Genau, ne? Und gemeinsam jetzt im Hackathon ist. Und dass man auch, also dass man auch Fahrfragen stellen kann, dass man einfach auch mitbekommt, was tut sich dann, was für eine gemeinsame Sache eintritt. Gibt es noch Dinge, die, ja, die jetzt einfach daraus entstanden sind und die ihr so als Erfolge verbucht, wo ihr vielleicht auch nicht mit gerechnet habt oder gehofft habt, dass das passiert? Wir haben letztes Jahr in Düsseldorf eine Ausbildungsmesse gemacht und da haben wir dann den, also die Ausbildungsmesse ist von 21 verschiedenen Handwerksberufe organisiert und da haben uns halt Namen überlegt und wir haben dann halt den Namen Düsseldorf Handwerk genommen, den Hashtag, was halt bei den Schülern halt auch gut angekommen ist, auch mit den gelben Klappern natürlich wieder da durchgezogen und da hatten wir 1200 Schüler auf der Messe in Düsseldorf. Das war schon dann eine super Aktion, die dann auch wahrscheinlich weiter dazu führt, dass diese Informationen, die man darüber dann abfragen kann, über die jeweiligen Berufe auch weiter abgefragt werden von den Schülern. Das ist auf jeden Fall eine größere Sichtbarkeit einfach da als auch für die Branchen. Das Hauptziel war ja ursprünglich mal Sichtbarkeit für Nachwuchs. Ja, das war ja mal das Hauptziel, aber da ergeben sich diese gerade besprochenen Nebenprozesse. Ja, also Netzwerken, Sichtbarkeit, die einfachen Symbole schaffen, bis hin, dass man dafür auch berufliche Informationen wahrscheinlich später mal rausgeben kann unter diesem Begriff von unterschiedlichen Gewerken, dass man jetzt einfach sagt, wo kann ich mich dann über diesen Beruf nochmal leichter oder auch realistischer informieren als über ein Video, was zusammengeschnitten worden ist. Naja, oder sag mal so, wo ist, sag ich mal, Informationen, die ich vielleicht über die Agentur für Arbeit bekomme oder mein Berufsorientierungslehrer, der aber vielleicht auch gar keine Ahnung eigentlich von den Themen hat oder von den Berufen hat. Also das ist ja eine vielfältige Branche, wo man, wenn man den Beruf nicht selbst ausübt, auch gar keine Ahnung von hat, ganz ehrlich. Ja, da sind schon einige Sachen entstanden. Also wie gesagt, diese ganzen Sachen sind schon sehr interessant. Und das geht natürlich als Vision immer weiter. Man hat da ganz viele verrückte Ideen, was man machen könnte. Also es gibt schon spezielle Treffen in naher Zukunft geplant, wo auch Leute zeigen, die zum Beispiel schon besonders modernes Handwerk haben oder auch betreiben, dass die dann anderen, die im Netzwerk integriert sind, auch helfen können mit ihren Sachen und auch ganz gezielt was weitergeben können, nutzbar weitergeben können. Also auch der Blick auf das moderne Handwerk. Ich persönlich habe immer so ein Helfer-Syndrom, sagt man das so. Also da ist es so, bei mir wäre das so, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für die jungen Leute. Bei mir ist sogar die Vision so auch den Älteren oder schon den, ja sagt man, Rentnern, Ruheständlern, Leuten, die vielleicht aus dem Handwerk jahrelang gekommen sind und im Alter nicht so gut geht, dass man denen halt Unterstützung geben kann aus der Kampagne mit jungen Menschen, mit Hilfe bis hin zu, also erstmal praktische Hilfen und dann aber vielleicht auch mal als Riesenvision finanzielle Unterstützung. Da sind wir aber noch lange nicht. Okay. Gibt es irgendwie, weil du redest ja auch schon fast von so einer Zukunftsvision oder Idee zumindest, das ist wahrscheinlich noch gar nicht so konkret. Gibt es nächste Schritte oder nächste Ideen, was ihr umsetzen wollt? Ja, es gibt auf jeden Fall das moderne Treffen in naher Zukunft. Heißt so modernes Treffen? Nein. Wie nennen wir es, Christian? Summit. Summit für... Summit, wow. Wir hoffen es genau, dass es so zusammenkommt. Als Einzelevent voraussichtlich im Herbst diesen Jahres in Berlin. Berlin ist aber auch immer schwierig, also wir müssen mal über den Standort auch viel debattieren, wo schien was hin, dass viele kommen. Also wer reist schon gern nach Berlin? Das ist für alle halt ein bisschen weiter weg. Genau, ist schon groß, vielleicht muss man irgendwo zentraler rücken, aber das ist so die nähere Zukunft. Dieses Event ist in Planung, also Herbst diesen Jahres und dann gibt es wahnsinnig große Visionen. Ganz kurz zu dem Event, was habt ihr da vor? Ist es ein Netzwerktreffen oder gibt es da auch... Ein Netzwerktreffen mit Inhalt? Mhm. Gerade diesen Inhalt, den ich gerade gesagt habe, also dass man noch sagen, dass moderne Handwerker einfach auch an anderen Leuten Sachen weitergeben kann, ne? Und mithin von, wie sagen wir, Belobigungsprozessen von jungen Leuten, die schon aktiv sind, auch Unternehmen, die aktiv sind, dass man die dazu holt und belobigt für das, was sie machen. Ja, also gerade junge Leute, dass sie zum Beispiel die Reise nach Berlin bekommen als Dankeschön. Super, ja. Ja, mit Übernachtung und vielleicht ein Coolit-Event dazu. Ja, cool. Wir sind auch vertreten dann auf der Bautech? Genau, die ist jetzt ganz... Nee, kommt ja jetzt demnächst, also im Februar jetzt, ist die ja als Baumesse. Und in der Sanitärheiz- und Klimabranche ist unser 10. bis zum 13. März die Messe in Hessen, wo wir dann auch da sein werden, wo wir auch schon die ersten Absprachen im Internet passieren, so nachdem wir so, ja, wir treffen uns an dem 13. Und das ist dann so der Tag, wo die meisten da noch dahin kommen und sich dann am Stand treffen. Das sind, glaube ich, schon ein paar... Ja, das ist alles immer so ein Online-Verabdretung. Also wir machen das viel über Zoom-Meetings, ne? Also, dass man sagt, wir haben einen engen Kreis der Entscheider und der Köpfe, die dort hinter sind. Und wir haben aber auch ein größeres Zoom-Meeting als Treffen im Netz, sage ich mal, wo man sich dann schon austauscht über aktuelle Geschehnisse, aber auch sagt, wo geht es in der Zukunft hin, ne? Ja, cool. Und was ist wichtig? Ja. Was ich noch von der Sichtbarkeit her auf jeden Fall... Was mir so aufgefallen ist, dass wir mit diesem Hashtag auch ganz deutlich zeigen, das fällt mir auf, dass wir in verschiedenen Gerufen auch einen sehr hohen Frauenanteil darstellen, der auch da aktiv ist, der super aktiv. Und auch, dass dann also jemand merkt, oh, wir haben auch Maurerinnen und wir haben einen Raumausstatter. Also das sind eigentlich so die Berufe, wo dann vielleicht sich mal Jugendliche für interessieren, die dann sagen, oh, ist das wirklich ein Beruf, der zu mir passt? Keine Ahnung, kann ich den als Mädel machen? Kann ich den als Jungen machen? Und dann kann man dort ganz einfach sehen, ja, total normal, ist überhaupt kein Thema. Und da gibt es halt super viele und auch super viele wirklich klasse Fotos, Videos, witzige Storys. Die Frauenquote wächst. Ja. Und das ist auch schön. Also man nimmt auch den Frauen ja auch wieder ein Stück weit die Angst vor dem jeweiligen Beruf oder der klassischen Männerdomäne, das überhaupt zu machen. Wie viele haben sich jetzt über Social Media zum Beispiel gemeldet und haben gesagt, dass es klasse ist, dass sie sich jetzt auch trauen, davon zu zeigen, was sie dort machen, weil vorher hatten sie eine wahnsinnige Hemmschwelle zu sagen, ich bin jetzt Anlagenmechanikerin, Elektrikerin, Raumausstatterin oder ein anderes handwerklichen Berufspart. Also jetzt trauen sie sich halt zu zeigen und das zieht natürlich vielleicht auch wieder nach sich, dass mehr Frauen sich dafür begeistern können. Cool, ja. Gibt es in dem Sinne auch Erfolg, dass, sage ich mal, auch mal eine Bewerbung oder Interesse, sage ich mal, für Praktika über Instagram kommt? Also ich hatte schon eine Anfrage für den Praktikumsplatz über Instagram, was im ersten Moment immer, also ich sage mal, erschreckend war, über so eine Direktmessage, kann man auch ein Praktikum machen halt, habe ich jetzt so direkt nicht mit gerechnet, aber es kam auch einen Terminzustand, also das muss man schon sagen, war auf jeden Fall da fruchtbar. Ja, man weiß natürlich nie, hat derjenige sich vielleicht auch schon vorher, aber das den Beruf irgendwie woanders informiert und ist das jetzt der dritte Kontakt oder der zehnte Kontakt, weil, sage ich mal, im weitesten Sinne gehört das natürlich auch mit zum Marketing dazu und man hat natürlich verschiedene Kontaktpunkte auch. Also wahrscheinlich informiert man sich dann nochmal auf der Webseite von euch oder so was war bei der Handwerkskammer oder hat vorher auch schon mal einen Einblick in den Beruf über Onkel, Tante, keine Ahnung was gehabt. Also es wird nicht der einzige Grund sein, aber es ist natürlich schön, dann auch das transparent oder sichtbar zu machen, wie ich dann sage. Na, der junge Mensch wird schon eher dann im Social-Media-Bereich schauen, weil es noch so schnell ist und einfach und auch ich hatte in Berlin ganz viele Empfehlungen zu Ausbildungsstellen schon, sogar auch schon zu Mitarbeiterstellen, die dann über den Social-Media-Bereich kamen und gepaart mit dem Hashtag Lust auf Handwerk, wo ja die Sichtbarkeit noch größer ist als im einzelnen Unternehmen. Auf dem Kanal ist es halt so, dass man dann irgendwie auch schon wieder stolz durch die Häuser zieht, so bei uns durch die Kompetenzhäuser, wo jetzt fachliche Weiterbildungen stattfinden und dann heißt es ganz klar, das ist der von Instagram und hier, der ist auch bei Lust auf Handwerk und dann ist es ein ganz klarer Darstellungsprozess und ein toller Mehrwert für uns als Handwerker. Ihr seid halt Influencer, auch wenn ihr das nicht wisst, aber ihr seid Influencer. Nein, das sind wir nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das sind wir nicht. Das wollen wir nicht sein. Aber ihr seid es, muss ich euch leider sagen. Super. Ja, gibt es noch irgendwas, was euch einfällt, was irgendwie auch besonders bemerkenswert über euch jetzt irgendwie so in der Zeit passiert ist, wo ihr nicht mitgerechnet habt? Also ich glaube, wenn man die Leute halt in echt dann trifft, was wir dann ja auch als Ziel haben, also das ist jetzt nicht so, dass wir nur online miteinander Bilder gegenseitig tauschen, sondern tatsächlich wollen wir uns offline treffen. Und das ist dann wirklich immer schön, die Leute dann halt in echt zu sehen, zu sprechen und dann auch festzustellen, tatsächlich, die sind real und mit denen kann man auch feiern. Also das ist dann auch gut. Das passiert dann was schon mal, das geht immer, ja genau. Ja, vor allem, ihr seid ja jetzt auch, sag ich mal, eher kleinere Unternehmen, das heißt, da ist man ja schon in so seiner eigenen Suppe, man macht so sein Daily Business. Klar hat man vielleicht auch noch ein paar Kooperationspartner, man kennt jemanden von der Handwerkskammer noch oder sowas, aber dass ihr jetzt quasi auch so über die Städte hinweg und deutschlandweit miteinander vernetzt seid, das ist natürlich ein wahnsinniger Austauschmöglichkeit. Eine tolle Horizontarbeiter. Ja, das glaube ich, sehr cool. Da gibt es viele Sachen, die man da, ich habe zum Beispiel, wo man auch da kennenlernt, also Werkzeug ist dann zum Beispiel, was der eine Kollege, wie löst der das Problem an der Arbeit und dann sieht man auf einmal, oh, da gibt es ein Werkzeug, das kannte ich noch gar nicht. Problemlöser. Problemlöser und zack, ja, dann hat man auf einmal das Werkzeug bestellt, weil man es halt dann gesehen hat, aber dann halt nicht in der Werbebroschüre, sondern tatsächlich bei dem Kollegen in der Anwendung. Der es auch ausprobiert hat. Der es ausprobiert hat und da gibt es dann auch teilweise, wo man so sieht, okay, da ist deutlich zu sehen, das ist kein gutes Werkzeug, da müssen wir mal schauen, dass wir das nicht unbedingt kaufen. Also das sind, finde ich, so ganz schöne Effekte, die eigentlich da passieren. Das ist schon gut und wenn man dann wieder zurückkommt auf den Hashtag und man hat jetzt Bock da drauf, den gebündelt zu schauen, dann sind ja unter dem Hashtag immer mehr Storys zu sehen, auch immer weiter ausgefächert und das ist halt eine klasse Lösung für. Für viele, ne? Das ist schon so eine Wissensdatenbank, ne? Klingt, weiß gar nicht. Ja, das ist schon, hast du schon nicht auch recht, ja. Vielleicht ein bisschen unsortiert. Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist ja halt auch der Klassiker, es ist einfach eine, wie sagt man, Non-Profit-Gesellschaft oder eine Kein-Profit-Kampagne oder Aktion. Ja, gut. Wir haben damit ja nicht beabsichtigen wollen, irgendwie Daten zu sammeln und Geld zu verdienen. Ja, okay, richtig, okay. Cool. Und jetzt gibt es sicherlich auch Zuhörer, die aus anderen Branchen kommen oder aus Verwandtenbranchen vielleicht auch. Was würdet ihr denn so für Tipps mitgeben, wenn die sagen, ach, das klingt ja spannend, also was würdet ihr denen einfach empfehlen? Okay, in Bezug auf Instagram an der Stelle, um diesen Hashtag vielleicht zu nutzen, also echte Bilder, also auch wenn was schief geht oder sowas, kein Problem, so ist halt Leben. Das sollte man so zeigen und ich denke mal, das wird das richtige Medium sein und in den nächsten paar Jahren die Jugendlichen auch zu begeistern oder anzusprechen oder überhaupt, dass die einen finden. Ich denke, das ist die richtige Wahl zur Zeit und auch im nächsten Jahr. Okay, also sich also einfach mal trauen und... Einfach mal machen. Ja, einfach mal machen. Genau, wenn du das jetzt so ansprichst, dass da andere zuhören und was ja auch gut ist, dass sie es einfach selber auch mal ausprobieren für sich. Also sie sollen natürlich einen Weg für sich finden, aber trotz alledem sichtbar machen. Und die Sichtbarkeit schafft halt auch ein großes Vertrauen, also diese Transparenz schafft schon ein Vertrauen, wo man nie sagen würde, der macht jetzt den ganzen Tag nichts oder der ist nicht wertvoll für das gesellschaftliche Dasein. Und wenn jetzt andere Unternehmen sich zeigen, dann lernt man die auch ganz anders schätzen. Ja, das glaube ich ja. Ja, also die Frage ist ja auch immer, wonach wählt man aus seinen Arbeitgeber aus? Und ich meine, da ist ja auch gerade bei den Jugendlichen, aber auch selbst bei vielen Mitarbeitern das ja auch so, dass, sagen wir mal, Geld gar nicht immer das große Thema ist. Klar, inhaltlich sollte es schon irgendwie das sein, wo man vielleicht Lust drauf hat, der eine macht über das, der andere das, aber die meisten entscheiden sich halt dann auch schon irgendwie für jemanden, mit dem sie sich identifizieren können, wo sie irgendwie das Gefühl haben, mit dem kann ich meine Zeit verbringen. Ist das ein Chef, mit dem ich es aushalte oder nicht, weil das ist ja nicht umsonst. Jedes Jahr kommen ja immer diese Zahlen zum Ausbildungsabbruch raus und die meisten Zahlen, also der wichtigste Grund für die Azubis ist ja immer das Thema Probleme im Team, Konflikte mit dem Vorgesetzten. Genau. Das kann ich natürlich vorher dann schon gut auch, ja, mir ein Bild machen als junger Mensch, ne? Kann ich mir den Beruf vorstellen, kann ich mir diesen Betrieb vorstellen? Das kann so ein Einblick. Du gewährst einen Einblick für den betrieblichen Teil, bis hin schon zu der Aussage, wie du das so schön gesagt hast, kann ich mir das vorstellen, bei dem schon ohne die Hemmschwelle den jemals kennengelernt zu haben, ne? Also der auf jeden Fall bei Instagram da an der Stelle einen guten Eindruck hinterlässt und authentisch, der hat dann auch, oder beide Seiten haben dann auch die Möglichkeit Praktikum, wo es ja im Handwerk immer erst ein Praktikum, natürlich, da eine Ausbildung gibt, um sie zu prüfen, der hat da auf jeden Fall schon mal einen guten Voreindruck gekriegt und was auch dann gut ist, dass die Unternehmen untereinander sich sehen, wie macht man halt so ein, ja, ich sag mal, wie wird der Praktikant empfangen, wie wird das organisiert, dass der ordentlich in den Betrieb integriert wird? Sogenannte Onboarding. Genau, das ist aber ja wichtig. Der Zuhörigkeitsgefühl, das musst du ja in den ersten Wochen schon schaffen, bei denen aufzulösen, ne? Das geht halt im Mix mit Persönlichkeit und Social Media ganz gut. Super. Ja. Ihr seid auch nur auf Instagram unterwegs, ne? Oder gibt's auch noch andere Social Media Tools, die ihr nutzt? Also Facebook läuft noch nebenbei nicht. Ja. Aber da ist wahrscheinlich so, dass es automatisch da gepostet wird. Genau. Ja, genau. Ja. Facebook ist jetzt nicht für mich, also persönlich nicht die Zielgruppe, aber auch das habe ich mittlerweile am Start, weil auch dort sich wirklich viel vernetzt, ne? Ja. So muss ich schon sagen. Ja. Hätte ich nie erwartet, was auf Facebook alles für Netzwerke, für Gruppen sind, wo man dazulernen kann. Ja. Und aus diesem Grund haben wir genauso und auch privat nutzt, um diese Netzwerkstruktur mit weiter zu leben. Facebook hat sich auch mittlerweile so ein bisschen da entwickelt hin, dass zwar nicht die Jüngeren das mehr nutzen, aber für diesen Austausch in Gruppen ist das, glaubst du mir auch. Aber auch mit uns Alten. Genau. Ja. Und so Alten sind auch okay. Ja, genau. Ja, genau. Also dieses, wo ihr sagtet, da gab es mal eine Facebook-Gruppe, da tauschen wir uns aus. Genau. Dafür ist es super, das kann man auf Instagram ja gar nicht leisten und da hat es einfach einen anderen Fokus. Das sind die Jüngeren gar nicht mehr so stark jetzt auf Facebook unterwegs, aber ich krieg mit, okay seid ihr auch unterwegs. Auf jeden Fall zwar mit anderen Zwecken dann. Genau. Bei Instagram wird es mit Sicherheit genutzt bei zum Beispiel Fehlersuchen, also da gibt es schon immer ein paar, die halt Fehler an Heizgeräten oder Ähnliches halt zeigen und dann erklären, mal eine Umfrage machen, was meint er, was ist das? Ja, die wissen das meistens, aber das ist dann halt, ja, am Schluss läuft der Kessel in der Regel, aber das ist zum Beispiel auch sehr interessant, weil es unterhaltsam ist und dann vielleicht auch für Azubis. Aktiv, ne? Aktiv. Und dann halt in der Gruppe selber Probleme und Lösungen beschreibt und bei Instagram wird es eher spielerisch. Interaktiv vielleicht. Interaktiv vielleicht. Ja, genau. Diese interaktive Aktivität. So halt dargestellt. Das ist einfach. Kriegst du eine schnelle Antwort. Genau, ja, das ist ja auch das Schöne, finde ich, bei Instagram, also das gefällt mir auch so vom Ton her am besten, dass man ja, also nicht nur, sag ich mal, lustige GIFs oder Bildchen oder noch so Emotions, die da so tanzen, während ihr da in die Kamera sprecht. Man kann ja ein Foto oder aber auch ein Video in die Story hochladen, aber was man ja auch machen kann, ist eine Umfrage machen, eine Abstimmung machen und auch, das ist auch lustig verpacken so, ne? Das ist halt, also da hat man nachher eine kleine Umfrage von Leuten, was ihr glaubt ihr, ne? Wie du schon sagst, ne? Das ist halt in anderen Tools eher weniger möglich, ne? Und das hat er auch einfach optisch schön immer aufprogrammiert. Okay, super. Also, ich fasse so ein bisschen zusammen, anderen Ausbildern und auch, ja, anderen Gewerken, Branchen macht ihr einfach Mut und sagt, einfach mal ausprobieren, keine Angst vor diesem ominösen Social Media zu haben. Vielleicht sich erstmal anmelden, mal gucken, was so passiert, vielleicht folgen, erstmal dem Hashtag Lust auf Handwerk folgen, mal gucken, wie man das überhaupt umsetzen kann. Das ist von meiner Seite auch immer so ein Tipp, einfach auch erstmal anderen zu folgen, das kann auch was ganz anderes sein. Also, ich folge unter anderem manchmal so YouTubern und auch diesen Influencern, einfach um zu sehen, wie die das machen, ne? Weil die sind natürlich Profis da drin und ich finde das natürlich auch nicht besonders interessant, wenn die sich da schminken, aber zu sehen, wie die das nutzen ist. Das kannst du viel lernen. Das ist sehr, sehr praktisch, ne? Ja, genau. Ja. Wobei da der Zeitaufwand für die unheimlich hoch ist, da darf man also jetzt nicht, den Anspruch sollte man nicht haben. Ich glaube, den hat auch keiner von uns, weil die produzieren da eine Menge an Bilder oder Videos, die in der Zeit hergestellt werden, die wir einfach nicht haben. Aber wir haben dann doch ja alle einen Hauptberuf von der Stelle. Genau. Aber am Schluss muss das Waschbecken an die Wand, ne? Genau, genau. Das macht nichts vor. Ja. Also kann man nicht so, dass man unterschätzt auch, wie die Zeit mal für so ein Haus braucht, ne? Ja. Also allein schon, wenn man einfach nur so ein GIF raussucht oder noch den Hashtag dazu packt oder so, da sind dann zehn Minuten rum, er dir dann abgeschickt hat, so, ne? Ja. Vielleicht dreht man es nochmal, weil es nicht gut zu erkennen war oder sowas dunkel war, ne? Logischerweise, ne? Ganz klar. Ja. Cool. Super. Ja, vielen Dank, dass ihr uns so einen super guten Einblick da reingegeben habt. Und ich finde, ihr macht auch irgendwie auch Lust darauf, da zum einen dem Hashtag mal zu folgen und mal zu gucken, was ihr da überhaupt macht. Und zum anderen ist ja wirklich auch ein Beispiel daran zu nehmen, zu sagen, okay, man muss jetzt nicht das der große Konzern sein, der da viel bewegen kann, sondern man kann es einfach zusammen tun und dann wird da was draus. Handwerk unterstützt sich. Handwerk unterstützt sich. Super. Cool bei mir. Da kommt gut. Genau, genau. Wow. Super. Es ist geklaut, ganz offiziell, von allem anderen. Aber es ist ein Handwerksmitglied auf Baylor Verband. Sehr gut. Dann ist es. Dann ist es wieder. Okay. Ja, vielen Dank. Bye. 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 Bye.